Ja, liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zu... Ja, liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu... Alkyria Chronicles. Und wir schauen uns mal an. Was los hier denn alles? Auf diesem Übungspass kannst du EP, die wir verbessern, passen. Dank EP kannst du per Ausbildung das Beste aus dem E.G. machen. So, Aufklärer. Schaff ich, ne? So, Aufklärer. Schaff ich, ne? So, wir können hier in den Wald setzen. Mal schauen. You're not done yet. Do you want to win or don't you? You've leveled up, so to speak. Good work. Ihr seid sozusagen echt Stufe aufgest... genau. Look at that. The Lancers have awakened to a new potential. Hmm, your troops have crossed a threshold today. You're clear to learn a new order. Du hast verstärken... Ausweichen... Befehl erhöht deine Ausweichswert einer Verbündeten. Na gut, mehr kann ich ja nicht. Nicht genau. Ach, da steht auch wer was... Beispiel hat, oder so. Beispiels. Und mir ein Feind gesichtet zu werden, bringt sie in Verlegenheit und sie kann sich nicht mehr berühren. Na okay. Wenn... Soja... Ihre Nähe... will sie... darstellen. Ausweichen mir. Dann... Ihr negativen Einstellungen verringert... Ich bin auch ich für euch. Okay, dann können wir halt alle noch was lesen. Hm. Du hast gewusst, dass du hast, was es braucht. Versuch diese Übungen auf die Behandlung. Und komm zurück, wenn du bereit bist. Ah, ja. Ich erzähle euch über die Potenzial und Ordens. Wenn die Klasse in der Klasse aufhören, manchmal die Soldaten zeigen neue Potenzialen. Oder du kannst du erhalten, neue Ordens. Du kannst sagen, die Potenzialen zeigen deine Soldaten und Tendenzen. Oder wie sie in der Kriege manifest. Oder wie sie sich selbst in der Kriege befinden. Oder wie sie sich selbst in der Kriege finden können. Oder zu individuellen Soldaten oder deinem squad zum Teil. Die Sache mit Orden. Eigentlich, vielleicht, du gelernt besser durch die Praxis. Will erlernt. Verstärkte Vertrauen. Eigentlich ist das Lustige, ich mag ja Kampfe eigentlich überhaupt nicht oder beziehungsweise Kriege. Also im echten Leben, was ja auch gut ist. Ah, wir können die Waffen aufrüsten. Das sind wohl die Karte. Okay. Etwas mag ich dir überhaupt nicht, aber das Spiel mag ich dir. Weil es geht zwar um Kampfe, aber es sind Strategiespiele und ich mag Strategiespiele irgendwie. Ja. Perks of working in a Federation forward operating base, huh? Wir können neue Weapons hier. Wenn du überhaupt nichts möchtest, gib mir ein Holler. Tank armaments, infantry Weapons, alles. Wir bauen all kinds of new Weapons und machen unsere Team sogar stärker. Warum? Tomut. Wie geht es da? Das ist das für mich. Sie sind wirklich bei euch, dass das hier überhaupt nicht passiert ist. Sie sind ganz stark. Ihr habt doch bestimmt dran, was bleibt mir das. Und wir müssen uns auf jeden Fall kommen. Ja, Gewehre, ähm, Banat, Maß, Produkt, Resulting, Wickelt, Upgrade, Verbesserung der Feuerkraft oder Genauigkeit gelten automatische Resultaten nicht, weil ich bin ja Schwerschützer, na sowas. Sorry, but this one's a bit out of our league for now. Da ist ein Beispiel. Ja, das hab ich ja auch gebraucht. Haben sie sowieso viel. Ah ja. Wow, ein Masterpiece! Almost seems like a shame to use it. Die plus Reichweite. Plus. Ich bin ja hübsch. Oh ne. Einzig was er sagen kann. Was? Woher? Ja, da kann ich ja wirklich noch etwas bauen. Dann da dann. Kampfern. Alles fertig, Claude. Was denkst du? Cool, oder? Okay, das ist eben für ihn. Ja, das sieht auch ein bisschen anders aus. Wow. Es war großartig. Hey, lass mich kurz ein Bild schnappen, bevor du mit ihm abhaust. Okay. Okay. Panzerteile entwicklen. Entwickel Panzerteile zur Verbesserung von Feuerzeugen und Bauern. Waffen und Verbesserungen wie Kerkel und Kanonen oder so. Neue Teile entwickeln und Käpt'n. Ich wollte beide angesprochen. Die majesticistenmonary Oh mein Gott, ich würde mich für deine 500-€ anhaben. Es ist zu Doncs. Ich wollte die 1900-€ erhöhen. Hä? Ach so. Ah, es macht drei Hunde. Aber das könnten wir holen. Haben Sie mich. Änderung der Bewerbungen. Nein, nein, nein. Das ist so weit. Das war es fast. Das wird gut. Ja, ich hoffe, ich kapiere das nur. Äh, ja. Wir gehen zum Buch. Das ist richtig. ich möchte die umgekehrten einig auf der als ob greife im buchmodus auf oder rufe das alle truppen mitglieder sind der und nicht vor der damit endgült ein neuer wir brauchen was gibt es denn hier alles so ich wollte eigentlich nur das noch kurz anschauen und dann würde ich sagen ich wollte sie bei uns glad to see you on time cloud tour the base yet yeah compared to the old camps this is heaven on earth excellent i expect you to put all this funding to good use sir the commanders of squads a through i have assembled and let's get down to business i know squad e just arrived but we already have marching orders our mission is to capture a small town northeast of here according to reports rain is one of the enemy's most valued com centers which is why it's being guarded by a tank platoon that complicates things squad e is mostly infantry we have the right equipment for urban and anti tank warfare don't worry this time you'll have fire support once you infiltrate the city simply relay the tanks coordinates to the field artillery team i see you already thought this through we also received intel that the empire is inflating their numbers with decoys if we can discern the real tanks from the fake rain is as good as ours excellent work lieutenant i'm glad i can depend on you you flatter me sir impressed control info and you control the war join ops huh coordinating with the fire support unit is going to make or break this mission try to minimize collateral damage we plan on repurposing their gear for our own comp center minerva you are to lure the enemy troops as far away from the city as possible consider it done squad e will then sneak in and gather intel for the field artillery team understood sir ja neue episode hinzugefügt und so weiter und so fort aber ich würde sagen liebe leute wir sehen uns beim nächsten mal wenn es wieder heißt let's play valkyria chronicles 4 und ich werde eine pause machen und am nächsten tag wieder aufnehmen also vielen vielen dank fürs zusehen und bis demnächst macht's gut und tschüss wir sehen uns beim nächsten mal geht's wir sehen uns beim nächsten mal wir sehen uns beim nächsten mal